Hallo und willkommen zu diesem Review. Ja, heute mit einer Squonker Box von Vendivape, die Pulse 3 mit einem 7,8 Milliliter Tank hier unten zum Squonken, also zum Hochpumpen quasi. Ja, der hat dann hier 18,650er, können wir da reinpacken, 20,700er und 21,700er und ja, und den schauen wir uns jetzt mal unten auf dem Tisch an. Ja, in dieser Verpackung wird hier geliefert, die Pulse 3 von Vendivape und Tony B. Ja, so ein gemeinsames Projekt und wir gucken mal, was das alles mitkommt. Ja, die Squonker Box natürlich selbst, ein Ersatztank, den wir uns auch gleich nochmal genauer anschauen. Dann haben wir so eine, ja, so eine kleine Akkuhilse, so einen Adapter von 18,650er, um den da reinzupacken. Ja, ein Echtheits-Sertifikat, eine Bedienungsverleitung und ein Ladekabel. Ja, die Anleitung in Englisch hier schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Ich ziehe die mal hier so durchs Bild, dann könnt ihr auch mal zwischendurch auf Pause klicken, wenn ihr möchtet, damit ihr es genauer anschauen könnt. Hier haben wir so die Parameter und dann hier so, ja, wie man das im Menü einstellt. Auf der Rückseite haben wir hier auch noch was, da haben wir nochmal die ganzen Settings, die man machen kann. Und dann hier irgendwelche Sicherheitshinweise, die uns das Gerät geben kann und was wir da für Sicherheitsfunktionen auch im Gerät haben. Ja, schauen wir uns das Gerät hier mal an, die Box. Ja, wir haben hier oben 15er Anschluss mit, ja, dem Squonker-Pin hier oben drin, wo der dann das Liquid hochpumpt. Wir haben oben eine Edelstahlplatte, die jetzt hier beschichtet ist, schwarz, hier nochmal verschraubt. Also sollte es eigentlich recht stabil sein, hoffe ich. Dann ist das ganze Geteil sonst aus Kunststoff hier gearbeitet. Ich habe das jetzt in dieser Farbe, gibt es auch in verschiedenen Farben. Hier an der Seite steht dann Puzzle 3 drauf. Ja, wir haben hier die Tasten. Auch alles, Verblendungen kann man hier, also mit Magnete werden hier gehalten, kann man so abnehmen. Ja, ich lasse sie auch mal jetzt beiseite legen, damit ihr es mal direkt seht. Und auch auf der Seite, wie bei der IO, kann man auch die Verkleidung quasi abnehmen. Die kann man dann auch austauschen. Da gibt es dann so verschiedene Farben, kann man die nachkaufen, wenn man das sich ein bisschen anders designen will. Von der Seite kann man dadurch dann auch die Batteriewässer raus, den Akku rausdrücken. Und wir können hier vorne, wo die Tasten sitzen, diese kleine Plate hier auch abnehmen. Ja, dann haben wir hier auch die Tasten austauschen, farblich anders gestalten. Und der ganze Chip ist hier auch wasser geprüft, wasserdicht quasi. Und hier haben wir dann die Feuertaste oder auch Menü-Taste, Plus- und Minus-Taste. Wir sind auch sehr schön im Druckbereich, hier schön clicky. Und hier unten haben wir die USB-C Ladebuchse. Von unten haben wir auch quasi gar nichts, außer CE und Mülltonne, wenn die Web steht unten drauf. Ja, von innen sehen wir dann hier, wo der Akku eingelegt wird. Hier haben wir dann ein Minuszeichen und hier unten ein Pluszeichen. Das heißt, so rum wird auch der Akku eingelegt. Das machen wir auch gleich. Also wie gerade schon gezeigt, es gibt ja hier diese Hülse. So können wir da einen 18-X50er Akku verwenden. Ich nehme aber auch hier gleich eine 21-700er mit dem Minus nach oben. Und das Plus unten ist ja hier auch Minus und hier Plus unten ist ein bisschen gefedert, dass da die Batterie angenehm reinlegen kann und auch nichts daher wackelt. Ja, wir haben jetzt hier den Tank. Ich habe schon einen verbaut, der ist auch schon in der Flüssigkeit drin. Wir haben ja zum Glück einen Ersatztank. Ich versuche den jetzt mal so rauszunehmen, das funktioniert auch. Ja, hier oben ein Snüffelstück oben dran, so eine Gummitülle. Und die stecken wir einfach hier unten auf das Röhrchen auf. Und dann ist das Ganze schon betriebsbereit quasi, wenn er getankt ist. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal an dem anderen Tank. Das ist dann doch wesentlich einfacher zu zeigen. Ja, dieser Ersatztank dann hier so in so einem Getönten, auch so wie das Gerät selber. Ich habe jetzt mal den Hellen genommen. Ja, dann weiß ich auch nicht. Kann man vielleicht auch besser das Liquid sehen. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, ihr seht also, hier haben wir den Befüllnüppsel. Macht mal hier ab. Und da haben wir doch recht groß Platz. Passt auch hier durch Schabierflasche rein. Also eine große Befüllöffnung. Natürlich immer gut draufdrücken, nicht vergessen. Wir können das Ganze auch auseinandernehmen zum Reinigen. Dann drehen wir den in die Richtung. Und dann habt ihr das ganze Ding in der Hand. Ja, und dann könnt ihr das Teil reinigen hier. Man kann auch sogar das Gummi hier abnehmen von dem Kunststoff. Mach ich jetzt aber nicht. Das ist einfach hier nur, wenn ihr das Gummi hier drum geht, immer darauf achten, dass es auch ganz rum ist. Dann läuft dann auch nichts aus nachher beim Pumpen. Muss aber hier schön oben anliegen. Ja, dann könnt ihr alles sauber machen. Ja, dann einfach wieder zusammenstecken. Hier seht ihr dann hier so kleine Nasen quasi. Die müssen dann hier oben in die Ausbuchtung reinstecken und dann einfach rumdrehen. Und dann ist das Teil auch dicht. Also ich hatte da keine Probleme mit. Ja, und das Ding fasst 7,8 Milliliter. Jo, ich denke mal, sollte man doch schon einige Zeit mit hinkommen. Ja, Squonken geht auch super mit dem Teil. Aber das zeige ich euch gleich dann auch nochmal. Ja, die Plätze werden hier ordentlich gehalten mit Magneten. Wie ihr seht hier, da oben und da unten. Halten wunderbar. Und haben auch kein Spiel. Da wackelt gar nichts. Hält wunderbar. Durch das Fenster hier quasi könnt ihr dann pumpen. Oh, nicht, dass jetzt so irgendwas rauskommt. Nein, ein Schwein gehabt. So, und dann an die Deckel hier auch das gleiche Magnete. Und ja, hält wunderbar. Wackelt nichts, schiebt nichts hin und her. Ja, wir drehen jetzt einfach mal hier oben ein. Ja, ich habe hier so kleinen 22 Millilometer Tröpfler. Den habe ich jetzt auch die Keul raus. Den drehen wir einfach mal oben drauf, damit ihr sehen könnt, wie sich das verhält. Da haben wir dann auch einen Squonker-Pin drin. Das heißt, das Liquid kommt dann oben hoch, wenn ich jetzt hier unten drauf drücke. Ich mache es mal erstmal vorsichtig, ja, nicht ganz so schnell, so doll. Da seht ihr schon, nur ganz leicht gedrückt. Und schon, blub, kommt so ein kleiner Tropfen raus. Ja, wenn ich hier so ganz leicht drücke, kommt das schon was an. Wenn ich jetzt richtig feste drücke, dann haben wir einen fetten Tropfen. Ja, also wenn wir da zwei-, dreimal ordentlich pumpen, dann haben wir da schon richtig Liquid hier unten drin stehen, die die Wetter aufnehmen kann. Kommen wir aber erstmal noch, ja, Gehäuse haben wir schon gesagt, Kunststoff und hier oben Edelstahl. Ja, wassergeschützt nach EP67 ist das Gerät. Wir haben hier eine Höhe von 92,5 Millimeter und eine Breite von 52,5 Millimeter und hier haben wir 26,2 Millimeter. Ja, und das Ganze wiegt dann ohne Akku und so 111,83 Gramm. Ja, 7,8 Milliliter haben wir schon erwähnt und einen Leistungsbereich von 5 bis 95 Watt können wir hier einstellen. Ja, und er hat eine Volt-Ausgabe von 0,5 bis 6 Volt und eine Zugdauer von 10 Sekunden. Schaltet es dann ab. Ja, und geladen wird das Ganze mit 5 Volt und 1 Ampere, werden wir den USB-C-Ladebuchse da verwenden hier unten. Und der hat, ja, alle üblichen Schutzfunktionen, ne? Das könnt ihr ja doch nochmal sehen in der Anleitung, wenn ihr da auf Pause klickt, könnt ihr das nochmal nachlesen. Die Platte hier oben, da haben wir ganz genau, ja, roundabout, sagen wir mal so 19,25 Millimeter, ne? Würde ich sagen. Ähm, dann fängt schon eine Rundung an, ja, wenn ihr genau schaut, ja, ist es dann leicht, nach dem Blech oben wird es dann leicht abgerundet. Ja, das heißt dann hier unten, wenn die Rundung da zu Ende ist, haben wir 25,0 Millimeter. Und, ja, ne, und dann der Deckel, das ist dann wieder breiter, ne? Da müssen wir natürlich hier, wenn wir einen Verdampfer draufschrauben, ähm, ich hab jetzt hier, der hier, zum Beispiel, der Blaze, hat, quasi einem äußeren 24 Millimeter, wir drehen den jetzt auch mal direkt drauf, damit ihr das mal genau sehen könnt, wie das aussieht bei 24 Millimeter Tröpfler. So, und halte das jetzt mal so in die Kamera, dann könnt ihr sehen, ja, das steht da schon über, ne? An der Seite, an der Rundung ist es da in der Luft, also Platte 22 und dann hier, da bei 24 steht das schon ein bisschen über. So, also, ne, ihr könnt hier natürlich noch mehr, da ist noch Platz, dass es da nicht übersteht, aber, wie gesagt, hier oben ist auch schon die Rundung und, äh, ja, da steht es also schon leicht über. Ja, schauen wir uns mal die Funktionen des Gerätes an hier. Mit 5 mal Klick schalten wir das ganze Gerät ein. Dann werden wir hier kurz begrüßt mit VenniVape. Ja, ihr habt ja gesehen, orange ist ja jetzt eingestellt als Farbe. Ähm, das seht ihr auch nur beim Hoch- und Runterfahren von dem Teil und hier unten wird es dann dargestellt, wenn man die Farbe ändert. Also nicht die Schrift wird geändert, sondern nur das hier und das beim Ein- und Ausschalten. So viel dann auch noch mal zum Fazit, gleich was dazu. Wir schauen dann mal hier auf Display. Hier oben haben wir den Akkustand in so kleinen Strichen aufgeteilt. Dann haben wir jetzt hier ein Schloss drin, das ist also ein Gesperrtsymbol. Und den Puff-Counter haben wir hier. 43 Watt Leistung haben wir hier eingestellt. 0,27 Ohm, der Widerstand 0,00 Volt. Jetzt natürlich, wenn ich Feuer, 3,4 Volt. Die Leistung, die ihr da ausgibt, ihr wollt. Und dann haben wir hier 0,60 Sekunden Zugdauer, habe ich ja mal gerade durch das Feuern hier ausgelöst. Ja, dann haben wir, wenn wir hier den Feuertaster und das Plus drücken, gleichzeitig unlockt. Ja, dann haben wir also die Sperrung rausgenommen. Und wenn wir uns wieder nochmal drücken, geht die Sperrung wieder rein. Ja, Feuertaster und Minus. Zack, können wir das Display flippen. Ja, also, wenn einer lieber auf dem Kopf sehen will. Und nochmal zurück. Dann haben wir es wieder umgedreht. Ja, die Leistungseinstellung machen wir hier mit den Plus- und Minus-Tasten. Ja, wir können von 5 bis 95 Watt in einer Schritte hier machen. Und ich rate mal komplett hoch. Dann seht ihr, bis 95 Watt können wir hier stellen. Wir müssen dann wieder zurückrattern. Wir können also nicht hier nochmal weiter klicken, dass er dann wieder auf 5 Watt springt. Sondern wir müssen hier wieder mit der Minus-Taste runtergehen. Wenn wir jetzt hier dreimal auf den Feuertaster klicken. 1, 2, 3. Haben wir hier so ein kleines Schnellmenü. Ja, da können wir dann mit Plus und Minus durchwandern. Hier ist Watt-Modus. Und dann hier Turbo, den Bypass-Modus. Und nochmal geklickt haben wir den Volt-Modus. Nochmal weiter geklickt haben wir Temperatur-Modus, Edelstahl. Temperatur-Modus Nickel und Temperatur-Modus Titan. Und dann kommen wir wieder zurück zum Watt. Können wir dann mit der Feuertaster bestätigen. Und dann sind wir da wieder raus. Das Menü ist quasi das Schnellmenü. Und das können wir nochmal einstellen. Indem wir dann jetzt hier zum Beispiel, da sind aber noch mehr Einstellungen drin. Plus und Minus gleichzeitig drücken. Kann natürlich mal passieren, dass wir da die Leistung verstellen. Habt ihr gerade gesehen, das ist umgesprochen auf 41 oder was das war. Dann haben wir hier oben, wenn wir da reingehen mit Feuertaster. Da haben wir die Settings. Das ist ja quasi für dieses Schnellmenü vorne, was wir da alles sehen wollen. Das können wir da so einstellen. Wenn wir das jetzt hier wegmachen, einmal zu weit, hier einmal so auf Blass machen, also Grau. Dann ist es also vorne nicht mehr zu sehen. Also ich habe das bei mir immer alles aktiviert. Dann ist auch alles da zu sehen. Also Temperatur-Modus, Volt-Modus und Bypass-Modus. Und dieser FIR, also FI-I-R. Ja, das ist einfach nur eine Funktion, wie der Feuertaster gesperrt sein soll. Nehme ich das jetzt quasi weg. Also mach das jetzt hier auf Grau. Das ist so deaktiviertes. Dann ist nachher alles gesperrt. Dann haben wir, wenn ich also die Sperrtaste drücke, also Plus und Feuertaster, dann ist es also quasi gesperrt Plus und Minus und der Feuertaster. Mache ich das einfach hier wieder. Aktiviere ich das wieder. Ist dann nachher nur gesperrt Plus und Minus. Also feuern kann man dann immer noch. Das kann man sich also aussuchen. Und dieses ARR ist so ein Auto-Resistor. Also der liest dann automatisch den Widerstand von der Keul-Liste aus. Das kann man auch abschalten, wenn man das möchte. Also ich lasse das einfach alles an. Und dann kann man hier mit Excel quasi wieder rausgehen. Dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Da haben wir, können wir die Abschaltezeit einstellen. Ich habe jetzt hier, also wer dann auf den Standby geht, auf 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten und so weiter. Kann man da das einstellen. Ich lasse es einfach mal auf 5 Minuten. Feuertaster bestätigen. Und dann können wir noch einen weiter runtergehen. Dann haben wir hier die Helligkeit, können wir hier einstellen. Von dem Display quasi. Und wie man das gerne hätte. So, bestätigen wir mit Feuertaster. Und dann gehen wir noch einen runter. Was haben wir da? Da haben wir hier den Puff-Reset. Den Puff-Counter können wir da resetten. Ich lasse es einfach mal so stehen. Mit Feuertaster auch wieder bestätigen. Dann gehen wir noch einen weiter runter. Und da können wir die Farben ändern. Was wir hier so alles haben. Ja, das ist allerdings, wie ich gerade schon gesagt habe, nur hier unten links. Wenn wir aus dem Menü raus sind, die Farbe wird da geändert. Und auch wenn man rein und raus geht, also wenn man an- und ausschaltet, das Gerät, wird ja kurz Begrüßung da gezeigt. Und das ist halt dann in der Farbe. Ja, es ist also nicht irgendwie, die Schrift wird also nicht von der Farbe beeinträchtigt. Ja, dann wenn wir hier reingehen, haben wir die Version, können wir da anschauen. Und hier unten LST, da kann man auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Will ich jetzt aber auch nicht. Und hier haben wir wieder Exit. Und dann gehen wir wieder raus. Ja, das war soweit alles mit der Squonker Box und auch der Einstellung. Und dann gehen wir mal hoch zum Fazit und quatschen über diese Box. Ja, da sind wir zurück zum Fazit mit dem Pulse 3 von Wendy Vape. Ein Squonker Box. Kommen wir zu den Pro und Contra. Contra hat zuerst, wie immer, 5-10er Anschluss. Also quasi die Platte hier oben. Den habt ihr gesehen, 22 mm. Also die ganz gerade Fläche. Finde ich ein bisschen wenig. Ich fände es schöner, wenn es, sagen wir mal, mindestens 24, schöner wäre sogar noch 25 und dann erst die Runde kommt. Sicher, dann wird das Gerät einen kleinen Ticken, das ist ja, weiß ich, zwei Millimeter breiter oder so. Fände ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber man hat schon einen Abschluss zu den Verdampfern. Da haben wir doch viele, sagen wir mal, mögen das nicht so, wenn es da so ein bisschen an der Rundung übersteht. Am Gerät ist ja noch genug Platz. Aber an der Rundung, habt ihr auch in der Nahaufnahme gesehen, fände ich also besser, wenn oben die Fläche etwas größer wäre. Farbauswahl Display, jo, habt ihr gesehen. Wenn ich also, Orange hatte ich ausgewählt, ja, wenn ich dann hier einmal kurz draufklicke, leuchtet das Orange. Wenn ich jetzt das Anschalter das Gerät, dann leuchtet auch nochmal kurz Orange und dann war es das mit Orange. Nur hier unten, diese kleinen Kringel, ja, das ist dann auch Orange. Aber wenn ich dann die Farbe auf Rot mache, ist es dann die kleinen Klingel, äh, Kringel hier Rot. Und halt beim An- und Ausschalten Rot. Das finde ich halt ein bisschen schwach. Ich fände also besser, wenn die Schrift dann auch anders farblich geändert wurde, oder so. Ähm, das fand ich ein bisschen wenig an Farbänderungen. Und bei An- und Ausschalten müssen wir das dann wurscht, ob es orange ist oder grün oder blau. Ähm, okay, das fände ich halt nicht so toll, wie das hier gelöst wurde. Ähm, kommen wir zu den Pros. Äh, ja, Verarbeitung. Verarbeitung ist top bei dem Gerät. Kann man nichts meckern. Alles sitzt super fest. Auch hier die, die Plates an der Seite, auch die Plates hier vorne, äh, sitzen fest. Da wackelt nix. Tasten haben wir einen schönen Druckpunkt. Klappert natürlich auch nix. Ähm, kann man auch nicht meckern. Wir haben, äh, 86,50 bis 21,7 Minuten, äh, können wir da betreiben. Natürlich auch super. Haben wir also ein bisschen genug Saft am Start. Ähm, dann haben wir Tank, äh, Ersatztank bei. Super, also Lieferumfang ist auch schon mal top. Äh, finde ich schon mal ganz wichtig, dass ein Ersatztank bei ist. Man kann ja auch super leicht reichen reinigen, ne. Können wir, habt ihr gesehen, einmal kurz verdrehen, raus machen. Und kann man alles super ausspülen. Ganz easy peasy auch rein machen in das Gerät. Einfach nur den Schnulli hier oben in den, äh, Röhrchen hier oben rein. Und passt wunderbar. Ähm, ja, vom, äh, vom, äh, vom Squonken her, äh, 7,8 Milliliter, also auch schon eine Menge. Und da vom Druckpunkt her, wenn man leicht, äh, gegendrückt, kommt nur so ein bisschen. Wenn man fester drückt, dann kommt so ein Schwall. Spritzt aber nicht nach oben, sondern nur so ein Schwall. Ein großer Schwall und das ist eigentlich auch schon gut so. Ähm, ja, alles in allem finde ich, äh, das Gerät, finde ich eigentlich, äh, ein tollen Squonker-Box, ähm, mit der man schon mal anfangen kann. Aber, wie gesagt, ist, sag ich, Kunststoff. La, klar, viele schimpfen über Kunststoff-Boxen. Wenn sie runterfallen, gehen sie natürlich schnell kaputt. Passiert aber auch bei anderen Boxen, wenn die runterfallen, gehen sie auch schnell kaputt. Also, äh, müssen natürlich aufpassen. Nicht fallen lassen. Mir ist es zum Glück noch nicht passiert. Aber dafür ist ja auch viel, viel leichter. Ja, was auch auf jeden Fall schon mal ein Pro ist, wenn es, äh, leicht ist, das Gerät. Ja, alles in allem, wie gesagt, finde ich, ist ein gelungenes, tolles Gerät. Muss jeder selber wissen, ob das für einen was ist oder nicht. Und sage, Dankeschön, bis zum nächsten Mal, bis der Finti ein neues Video hat. Äh, ja, wenn einer noch noch das Blaze-Review sehen will zum RDA, ist vielleicht, glaube ich, fast ein halbes Jahr alt oder noch nicht ganz, kann ich auch noch mal machen, wenn ihr möchtet. Könnt ihr ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr das Video sehen möchtet, ein Review über den Blaze-RDA von Sunhead Creation und Mike Vapes. Also, vielen Dank fürs Schauen und sage bis zum nächsten Mal, bis der Finti ein neues Video hat.